Die Melodie vom Rituelllied war weg. Son of a Gun hatte ihre Synapsen perforiert. Warum musste sie überhaupt singen? Kann sie den Liedtext nicht sprechen? Der Papst singt doch auch nicht. Wenn sie das Singen verpatzt, ist die Zeremonie ruiniert und die Rederei verliert ihr Gesicht, drohte Dr. Kobayashi. Wann hatte sie das letzte Mal gesungen? Weihnachten vor zwölf Jahren. Bach, die Kaffee-Kantate. Mit dem Chor der Gewerkschaft. Sie stand hinten in der letzten Reihe. Nicht vergessen, die Schritte zu zählen. Kälte kriecht von unten in ihr blaues Organzerkleid. Ein heißer Blühwein, gerät sie Rettung. Gestern Abend in der Hotelbar hatte sie 5 Wodka Tonic. Wie in einem Film mit Sofia Coppola. Leider nicht mit Bill Murray, sondern nur mit dem kurzsichtigen Dr. Kobayashi. Jetzt bloß nicht zittern. Wo ist die Melodie? Ha-ho-ko-ho-no. Dieses snobbistischen Seidenhandschuhe wärmen kein bisschen. Die Kälte macht sie unkonzentriert. 5 Grad Celsius. Das sind dreieinhalb weniger als in Hannover. In einer Stunde sitzt sie wieder im Hotel Atlantik Star. Ob die Hotelküche Dominosteine hat? Und einen deutschen Fernsehsender? Gestern gab's nur Derrick auf Japanisch. Wie ging noch mal die Melodie? Irgendetwas Feierliches. Ein bisschen kitschig. Immerhin kein Weihnachtslied. Jetzt sind die 17 Schritte um. Aho-ko-ho-no-ananoen. Aho-ko-no-ananoen. Megu-saka-sike-kage-sashite. Und die, 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 Vielen Dank.